Ah, nicht auf mich. Oh, da ist ein Beschwerd, weg, 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 weg. Rechts raus, rechts raus, rechts raus. Ich bin jetzt in der Mitte grad. Nein! Pass auf, der ist auf dich drauf. Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Hier ist Survival Games gerade mit dem Early Boy. Hallo! Hallo meine Ohren. Weißt du, wo lang? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo du stehst. Aber ich hab Rüstung für uns beide. Komm, 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 wo bist du, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich seh Sande und Klim. Hier, 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 komm, komm, komm. Wir gehen hier rein. Hier ist so eine Tür und da kann man reingehen. Und hier war niemand. Hol ihn. Ja, wunderschön geil. Ich hab Rüstung für dich. Und hier oben ist nochmal ein Schiss. Oh, ich hab richtig viel Rüstung für dich. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Friedensphase ist gleich vorbei. Geh gleich nach rechts, wenn du kannst, nach rechts. Die Treppe lang. Ich bin grad hinter dir. Nicht, dass einer irgendwie auf uns beide drauf geht. Scheiße, ich hab keine Schmerz. Ich auch nicht. Oder hinter uns auch nicht. Ja, komm, weiter, komm, weiter, komm, weiter. Warte, die kriegen wir. Einfach, kommt, die Lama schlag, kommt. Okay, bin ich dabei. Ah, nicht auf mich. Weg, 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 weg. Oh, das ist ein Schwer, weg, 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 weg. Rechts raus, rechts raus, rechts raus. Ich bin jetzt in der Mitte grad. Nein. Pass auf, der ist auf dich drauf. Dann im Kreis laufen, vielleicht kriegen wir es hin, ihn wegzuschlagen. In der Kiste, äh, in der Kiste sei schon. In der... Komm hoch, vielleicht schaffst du's. Ja. Bin da. Ich hab mal bis jetzt. Komm mit. Ja, ich hab keine... Keine Chance gegeben. Komm, 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 komm. Wir gehen hier runter. Und dann flüchten wir hier raus. Wir sind wie ne Tür. Boah, ich hoffe, dass du die Map wenigstens scannst. Und dann rechts lang. Okay. So klungen Gewisse. Wird man immer in die selben Stellen probieren? Äh, ja, ich glaub schon. Ne. Und hinter uns ist aktuell kein... Ich hab hier... Aber ich brauch Essen. Ich bin so gut wie tot. Warte, warte. Ich werf dir... Ich auch nicht. Warte, ich werf dir ein bisschen Rüstung zu. Nice. Ich hab zwei Eisen. Scheiße, ey. Einmal Fallschaden, du gehst raus. Ja, das ist das Problem gerade. Schaden wir noch, schaden wir noch. Ist das Spawn? Oh, ich hab ein Essen-Craft. Ja, es ist Spawn. Sag mal, wenn da irgendwas kommt. Ja, ich pass auf. Da kommt alle Kippen durch die Schneewelle drin. Brauchst du noch? Ich hab jetzt Essen. Okay. Hast du einen Stick? Hab ich. Hast du? Hast du denn? Ich hab zwei Eisen. Nice. Dann können wir ein Eis-Craft machen. Schmeiß mal zu? Hm? Schmeiß mal zu? Brauchst du noch Essen? So ein krasser Anfang. Äh, ich hab noch ein Brot. Dann wird's bei mir auch wieder knapp. Hast du heute ein Fleisch? Lass mal hier lang gehen. Jetzt hast du beide Schwerter, ey. Wie? Ich hab nur eins. Hä? Oder hast du mir Vieheisen zugeworfen? Nee. Achso, du hattest davor gar kein Schwert. Okay. Ich hab davor nichts gehabt. Wenn das klappt, ne? Boah. Left. Fuck. Geht nur so ein bisschen. Da hinten ist noch eine Chest. Aber die ist wahrscheinlich auch schon längst leer. Mit Glück haben nicht. Kartoffeln. Die Frage, wo gehen wir längst? Ach, schlimm ist du dort? War da unten ist einer. Da unten ist einer. Den haben wir. Den hab ich. Den hast du ein Schwert. Ja. Könnt ihr. Sehr schön. Ist jemand der unten ist rum? Nee. Gut. Gerade ist Ruhe. Hier hast du ne Hose? Hose hab ich schon. Ne, ne Goldhose. Die ist besser als Leder. Okay. Dann gehen wir hinten jetzt total durch. Sind wir dann sicherer? Ich fühle dich aus, kennst, ey. Und Chest. Das ist leer. Jetzt hier oben noch mal in den Portalraum, dann kriegen wir eigentlich noch die Rute zusammen, wenn wir Glück haben. Okay. Oh Gott, hier ist wirklich noch ne Kiste. Hier ist gerade niemand. Dann können wir hier oben lang. Und mit Glück schaffen wir das dann noch. Ach, da oben ist noch eine Kiste oben drauf. Ja, die ist leer. War ich schon dran. Zwei Rotten Flash, hätten wir sogar noch gebrauchen können. Da unten ist noch ein Wasser noch ein Chest. Da oben ist die Kiste. Oh, oh, oh. Oh Gott, hier sind richtig viele Sachen. Und das nen Bogen drinne? Und ein Ding. Sehr schön. Ich hab drei Pfeile für dich. Ich hab schon nen Bogen, nimm mit. Lass du auch nen Bogen und Pfeile. Hast du ihn gebrauchen? Warte, ich will mir nimm mit. Jetzt bin ich mit meinem Handy auch noch. Komm mit. Und wir hier am besten. Oh, wo wir sicher sind. Nur. Können wir am besten hier oben machen. Hier hängt ne Kiste. Ja, da ist ne Kiste. Oh, wirklich geile Sachen. Wir nehmen gleich so viele Sachen. Jetzt hier den Baum hoch. Baum hoch? Ja, ja, hier. Oh, Leute, da hinten. Ja. Ey, so viele Kisten. Die haben so viele Kisten. Du ist ja doch... Ach, die haben sie. Die zieht gerade wie viele. Oh, scheiße, die ist schon leer. Weil die Doppelkiste ist auch leer. So ein Scheiß. Gib mir mal den Bogen, wenn du noch einen hast. Hast du nicht doppelt? Hast du nicht doppelt? Ja, das ist der Bogen und Pfeile. Juhu, voll Schaden. Brustpanzer, hast du auch nicht? Ne. Helm hast du? Ne, hab ich auch nicht. Hab ich. Sehr schön. Was für einen Brustpanzer hast du jetzt? Warte mal, hier. Leder. Ist besser? Ja. Oh, ich brauch wieder mehr zu essen. Mir geht schon wieder das Essen aus. Ich hab zwei Pilze. Wenn wir ein bisschen Pilzsuppe finden, können wir mehr draus machen. Wenn wir ein bisschen Pilzsuppe finden, können wir mehr... Pilzsuppe machen. Hä? Ja, ich mein, ich hab ja Pilze. Da können wir mehr draus machen. Craften. Du meinst Pilze? Da ist auch noch ein Chest. Da ist auch noch ein Chest. Ja, die ist leer, die noch ein Chest. Die sind immer unten. Hopp. Hopp. Kommt ihr da irgendwie runter, oder? Okay, kommen wir nicht. Um besser springen. Brauchst du noch ein Pilzsuppe hier? Geil, danke. Brauchst du ein Craften, Calvin? Kann ich gerade was craften? Ich kann wieder ein neues Brot craften, das ist gut. Leer. Wo hast du das Craften Table gesehen? Craften Table gehen wir nachher. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Christen sind. Hier ist zum Beispiel einer da oben drin. Das ist leer. Die Hände wird auch leer sein. Wir sind noch drauf. Hey, wir sind schon wieder richtig wenig. Wir brauchen halbwegs gute Ausrüstung bis zum Finale. Ich hab ein Holzschwert. Na, einer muss noch sterben dafür. Dann müssen wir hier lang für Craften Table. Na, Essen ist auch nicht so wichtig. Mein vernünftiges Schwert für mich wäre wichtiger. Ja gut, dann wird es für Afton zwei Eisen. Das ist genauso wie gerade bei Klim. Hast du Eisen? Nein. Dann Schwert wäre auch schon mal was für ein Anfang. Robert da hinten ist ein Spieler. Aber der will nicht. Gehen wir trotzdem drauf? Ja. Gut. Push mich. Geht gerade schlecht. Warte, ich hab einen Bogen. Sag mal, treffen wir auch mal was? Ich kann nicht mehr aufschauen. Meine Tastatur hat sich abgemeldet. Jetzt aber. Nein. Daneben. Hopp, hopp, hopp. Ja, wir kesseln sie ein. Du bist hinter ihr? Ja. Ich springe ins Total. Einer. Wupp. Oh, scheiße. Ich hab dich getroffen. Sag mal. Ich will das Eisenschwert von dir. Schlag mich, wenn du kannst. Mit dem Holzschwert? Oh, jetzt komm schon. Jetzt kämpf endlich. Wow, fuck. So war das aber nicht gemeint mit den Kämpfen. Hast du sie? Okay. Ja, hammer, hammer. Oh, war das knapp. Ich fände die auch noch rein. Oh Gott, like Deathmatch? Krass. Hast du ein gutes Schwert für mich? Ja. Dann komm jetzt den ganzen Gramm weg. Ah, sogar Eisenschwert. Ja, sehr schön. Oh, ich hab zwei Eisenschwerte. Da hast du ein Eisenschwert. Da, im Wasser. Ja. Brauchst du noch Rüstung? Trinkt was zu essen, bis zum Dinger. Hier ist ein Eisenschwert. Oh, ich hab so viele Äpfel. Da. Okay, sehr schön. Also wird den ganzen Rotz wieder aufgesammelt. Hä, die Äpfel hast du wieder genommen. Hier, da hast du ein Eisenschwert. Was ist denn gerade los? Warum kann ich die gerade nicht aufnehmen? Ah, jetzt. Eisen, Eisen. Ich brauch noch die Äpfel von dir, wenn du siehst. Alter, hast du Essen. Ich renne einmal durch. Nimm mal den ganzen Scheiß mit. Ah, ja. Okay. Finale. Drauf. Wichtig sind keine Teamserlaub. Ja, ja. Aber ich geh ja trotzdem auf irgendjemanden. Ja. Okay, sind fast tot. Zander hat mich getötet. Klim ist irgendwann gestorben. Ich hab Zander gut beschädigt. Also soll das nicht so dieses große Problem haben. Oh, halbes Herz. Sehr schönes Ding. Oh, sehr schön. Sehr schön. Jetzt hab ich ihn. Komm schon, hol den. Ja, 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 ja. Boah, Alter. Geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Boah. War das ein Genialer Kampf, du. Boah. Ja, ja. Boah. Boah. Man, ich hab keinen Recht dafür. Man ist ein Eisenschwert einfach. Genial, Alter, ich hab die ganze Zeit nur ein halbes Herz gehabt, ne. Ja, ich hätte dich fast geklatscht, Alter. Der hätt ich nicht in dem Spinnnetz festgragen. Das war eine geniale Spinn-Spin-Spin-Net. Hätt ich gewonnen, Alter. النix. Das war eine geniale Runde. Wir sind über einen genialen Ende auf. Das war auf jeden Fall richtig cool. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Runde. Vor allen Dingen für Klim, der einfach mit dem ersten, den er sich gebattelt, einfach auf die Fresse gekriegt hat, ey. Richtig schlecht. anfangen sehen sollen. Wir hatten einfach überhaupt nichts. Oh Mann. Wir hatten den ersten mit der Faust geklatscht. Okay. Ach, guck mal, hier ist sogar schon ein Klim-Faker auf dem Server. Geil. Ja, hab ich auch schon gesehen. Er dachte hier, joo, das geht. Welche Lachen denn? Gut, ich würde einfach sagen, dass wir am Ende der Folge eingekommen sind. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Guckt auf jeden Fall bei den anderen Vollidioten noch vorbei. Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Die SG-Runde gibt's bei mir übrigens nicht. Aber dafür andere geile Sachen, meine Damen. Ja, also schon da mal vorbei. Okay, gut. Also, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschüss.